Hallo, tja, auch wir entwickeln uns weiter. Fortschritt Nummer 1, eine kleine Videobeschreibung mit Sound. Im nächsten Schritt dann eventuell auch mit Bild und mir. Das können wir einplanen beim 100 Abonnenten Special. Aber kommen wir doch zurück zur aktuellen Videobeschreibung. Heute seht ihr Jan beim Dead Diving von allen Höhen. Und natürlich gibt es einen kleinen Zusammenschnitt von Sprüngen aus dem letzten Training. Viel Spaß beim Zuschauen. Fünftes? Nein! Nein, doch! Also, jetzt sind wir auf dem 1er. Jan zeigt uns mal Dead Diving vom 1er. Okay, Jan steht oben auf dem 3er. Dead Diving vom 3er. Landung, Wicket. Ja, mit einem kleinen Style-Element. Das sah doch richtig gut aus. Okay, Jan, jetzt sind wir oben auf dem 5er. Landung, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen hoch. Okay, springst du mit Anlauf oder aus dem Stand? Okay, dann spring doch einfach mal aus dem Anlauf. Hey Jan, wir sind auf sieben und halb, oder? Ja, du hast schon einen Sprung hinter dir, du machst jetzt den zweiten, wir machen jetzt einfach den Shot hier aus einer anderen Perspektive, oder? Ja. Okay, also siebeneinhalb, seid gespannt für die letzte Stufe. Okay, wir können doch theoretisch da hochgehen, ist halt ein bisschen weiter weg bis zur Wasseroberfläche. Na gut, wir lassen es gut sein. Okay, wann immer du bereit bist. Komplett frei. Wow, 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 echt nice. Für mich wäre das nichts, er stöhnt ganz leicht. Ich glaube, er wäre jetzt gut überstanden. Hey, keine blöden Witze. Okay, also, ey, das war uncool. Okay, wir sind auf 10 Meter, ja? Ist schon ein bisschen hoch, ne? Okay. Wir haben beschlossen fürs Tutorial, wir machen nur noch einen Sprung von 10. Ja, Handgelenke tun weh von ganzem Motorradfahren. Ah, okay. Motorradfahren, sprich, kurz bevor ich ins Wasser komme. Nein, 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 nein. Okay, Insider, wisst ihr Bescheid. Haben das alle verstanden? Okay, letzter Sprung, bevor du völlig zerstört bist. Ihr seid verrückt. Gott sei Dank, sonst würde das hier vermutlich nicht funktionieren. Okay, werden alle fertig? Max ist auch fertig. Von mir aus, let's go! Warum hat mir keiner gesagt, dass sie springen? Oh Gott, den hundertkalten Winter nicht. Der Tor müsste schon zusammenbrechen. Das ist fast ein bisschen mehr. Bereit, wenn du bereit bist. Achtung! Bereit zum Abschluss. Und drauf! Ja, es wird erst die Videoanalyse geben, was es war, aber ich habe noch ein Bildschirm geschaut. Oh, du hast es nicht gesehen. Was? Ja, ich habe nicht gesehen, ob es was war oder nicht. Ich habe nur auf dem Bildschirm geschaut. Nein. Okay. Was? Okay. 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 Was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Boah, ich habe gar nicht gesehen, so lauter. Was! Oh, oh. Ich habe gar nicht gesehen. Oh, ich habe gar nicht gesehen. Oh, oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020